herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch herzerleit von rammstein in der vinyl edition alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem vinyl inhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur vinyl findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung herzerleit von rammstein das ganze am 4 dezember erschienen wir haben hier mal wieder eine vinyl aus dem bereich rock jawohl es ist das debüt album von rammstein ursprünglich im jahr 1995 erschienen genauer gesagt im september 1995 und zum jubiläum dieses albums nämlich 25 jahre später im jahr 2020 gibt es nun herzerleit 25 also deshalb auch hier die römische 25 auf dem cover wir haben hier das ganze in der vinyl edition und wie wir hier auf diesem sticker lesen können lesen wir hier das ganze wurde remastered heavyweight splatter vinyl und limited edition also dass hier diese special edition anlässlich des 25 jährigen jubiläums wir werden das ganze mal aus der folie holen hier auf der seite bietet sich das gut an wo der pappschuber hier endet da können wir wunderbar einschneiden dann schauen wir mal dass wir das hier etwas vorsichtig öffnen so jawohl die inhalte kommen schon raus aber das cover hängt hier irgendwo noch fest wahrscheinlich eher unten schauen wir nochmal kurz runter so aber jetzt ja wunderbar gut also das ist das cover eben etwas abgewandelt hier mit der römischen 25 wir haben hier die herrschaften der band oben ohne also alle sechs herren hier till richard paul oliver christoph und christian alle haben sich hier scheinbar ausgezogen hier oben lesen wir silber herzeleit xxv und da oben noch das rammstein logo das wurde hier auch so geprägt dann hier auf der seite sehen wir schon die inhalte auf der rechten seite ist das ganze hier beschriftet rammstein herzeleit xxv hier unten auch nochmal das logo hier überall am start und auf der rückseite haben wir natürlich die tracklist elf tracks haben wir hier drauf das ist die originale tracklist wie auch im jahr 1995 und dann würde ich sagen schauen wir mal rein so das ganze lässt sich einfach aufziehen ich glaube wir haben den inhalt komplett genau mehr ist hier nicht drin und dann schauen wir mal also wir haben hier ein riesengroßes booklet das werden wir uns gleich mal durchblättern und hier ist die vinyl edition ich würde sagen wir starten zuerst mal mit der vinyl an sich die kommt hier in so einem blumenartwerk auch hier lesen wir wieder diesen silbernen aufdruck auf der seite auch wieder silber bedruckt und auf der rückseite dann erneut die tracklist in diesem fall aufgeteilt auf die zwei vinyls also a b c und d seite hier rammstein logo und von innen haben wir das ganze hier auch nochmal mit den sechs herrschaften auch hier wieder ausgezogen allerdings etwas anders beleuchtet und etwas anders angeordnet so dann schauen wir mal rein hier ist vinyl nummer eins ansonsten hier nichts weiter drin und dann haben wir hier vinyl nummer zwei und auch hier ist nichts weiter drin ok gut dann starten wir natürlich mit der ersten vinyl das ist diese hier kommt hier in einer schwarzen hülle herzleit xxv a seite mit drei tracks b seite mit drei tracks und auf der rückseite diese wunderbare blume so die vinyls gehen oben raus und sehen dann so aus also wir haben hier eines blätter vinyl in schwarz und blau wunderbar hier in der mitte auch noch mal die tracks und das auf der rückseite dann natürlich die b seite ja also so sieht das aus in schwarz und blau packen wir hier in die hülle und dann haben wir die zweite vinyl in diesem fall mit c und d seite natürlich auch hier wieder die vinyl beschriftet drei tracks auf der c und und zwei tracks auf der d und hier gibt es eine schwarz rote blume die mindestens genauso heftig aussieht wie die erste und die vinyl ist aber nicht in schwarz rot sondern hier wieder in dieser schwarz blauen splatter optik das ist die c seite und dann haben wir hier die d seite jawohl so dann packen wir auch die hier wieder zurück in die hülle nummer eins und nummer zwei einmal rot einmal blau und dann haben wir noch das angesprochene booklet das ist hier ziemlich groß also vom format her wie auch die vinyl cover so sieht das aus das blumenartwerk hier auch wieder drauf und dann schauen wir mal rein so wir haben jetzt die einzelnen bandmitglieder in den porträts so sieht das aus dann hier die einzelnen lyrics zu den tracks so sieht das aus also es geht hier los mit wollt ihr das bett in flammen sehen der meister und weißes fleisch das nächste foto in diesem fall till dann haben wir die nächsten tracks drei stück wieder asche zu asche seemann und du riechst so gut es ist echt etwas hart zu lesen weil hier alles in diesen kleinen kreuzen hier gestaltet wurde und deswegen das gar nicht so einfach zu lesen ist so dann hier blume auf doppelseite dann geht es weiter mit den nächsten liedern so sieht das aus und dann haben wir hier weitere einzelporträts weitere lieder und dann haben wir hier auch noch die credits zum album jawohl so fotos weitere blumen weitere porträts und zum abschluss nochmal die blume ja das war es soweit wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in dieser vinyletischen befindet einmal das eben angezeigte booklet hier dann die beiden vinyls einmal hier in dem roten design einmal hier in dem blauen design die kommen hier in diesem gatefold und das ganze befindet sich dann in diesem schuber hier also das alles in dieser wunderbaren vinyletischen herzerleit von rammstein mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album bzw der vinyletischen schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr rammstein unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao